ja moin freunde und willkommen zurück auf meinem kanal für alle die dieses jahr zum ersten mal reinschauen ein frohes neues jahr ich hoffe ihr seid alle gut reingekommen hattet einen fantastischen start ins neue jahr 2022 auch wenn die äußeren umstände nach wie vor nicht die allerbesten sind ja es ist es geht drunter und drüber es ist eine achterbahnfahrt die letzten zwei jahre und ja mal gucken wie sich das weiterentwickelt umso schöner dass wir uns heute hier zusammenfinden können und gemeinsam ein bisschen über messer plaudern können und zwar in dem fall ein ganz bestimmtes modell in zwei verschiedenen ausführungen nämlich das giant mouse ace sonoma v2 dieses messer bzw diese messer wurden mir leihweise zur verfügung gestellt von der maxi von der altona silberwerkstatt maxi ganz ganz lieben dank an der stelle es ist einfach großartig dass du nach wie vor nicht müde wirst mir messer aus deinem bestand mal rumzuschicken dass ich die hier in den videos mal vorstellen kann heute noch mal ganz besonders denn ja das sonoma umgibt doch in deutschland so eine aura der ja unzugänglichkeit nenne ich es mal es ist also gar nicht leicht gewesen an die v1 ranzukommen und gerade im moment ist auch nicht alles reibungslos was die lieferung der v2 angeht was ich so mitbekomme also ganz besonders toll dass ich hier die möglichkeit habe meine gedanken zu diesem messer mal mit euch zu teilen wenn alles nach plan läuft liebe maxi dann bist du jetzt gerade auch im chat mit dabei also ganz ganz herzlich willkommen schön dass du da bist ich finde es immer toll wenn wir solche videos als premiären machen können es ist nach wie vor keine live premiere so was würde ich auch ganz gerne mal mit euch machen aber als premiären video bedeutet das ganz einfach ich bin im chat mit anwesend das video läuft zu einem vorab bestimmten zeitpunkt wir können mit euch chatten wir können fragen direkt beantworten ihr könnt eure reaktionen direkt loswerden was euch taugt was euch nicht taugt finde ich eine großartige sache und diese funktion bei youtube ist mittlerweile eine meiner liebsten ja es sonoma giant maus der zusammenschluss von jasper voxness und jens ansel großartige nummer die namen alleine versprechen ja schon großartiges design praktikabilität und qualität das war in der vergangenheit niemals anders giant maus als marke hat sich dermaßen schnell etablieren können gerade wegen dieser faktoren die ich gerade genannt habe es ist einfach fantastisch zu sehen welch kreativen output die zwei an den tag legen da kommt also ständig neues ständig verbesserungen andere versionen bestehender messer hier ist es jetzt auch eine v20 einige werden sich erinnern es gab ja auch im deutschsprachigen youtube bereich videos zum sonoma der ersten generation das sehr schlankes frame block flipper modell mit glatten titan griffschalen und der stahl war glaube ich m 390 preislich lag die erste version irgendwo bei 300 euro und war konzipiert beziehungsweise interpretiert als ein urban edc ein urbaner begleiter was natürlich zu den titan griffschalen und der allgemeinen optik ganz gut passt diese titan modelle sind ja selten die die man draußen in der natur antrifft oder erwartet da gibt es dann meist andere griff materialien jetzt haben sich die zwei gedacht könnten wir in der v2 doch einfach mal andere materialien verwenden und geben dem ganzen so ein ganz klein bisschen das outdoor flair mit auf den weg und was könnte das anderes sein als mikata griffschalen geliefert werden die messer im standard ist karton hier haben wir die kürze kürze sohn sonat also das sonoma in natural canvas mikata preis avisiert 222 euro das zweite modell natürlich grünes mikata wie sollte es anders sein auch hier avisierter preis 222 euro nichts spektakuläres dabei einige nennen diese verpackungen jetzt klimaneutrale verpackungen ich finde die formulierung ganz nett ob das wirklich so ist sei mal dahingestellt einen einfachen minimal gehaltenen karton leicht bedruckt finde ich immer klasse das muss also nicht immer ja die mega monster verpackung sein ist okay das passt also maxi ganz ganz lieben dank ich lege die karte mal beiseite und wir schauen uns das erste modell an ich würde in dem fall ganz gerne mit dem natural canvas beginnen die form wird jedem bekannt vorkommen die meisten die die giant mouse messer kennen werden auch die linienführung direkt wieder erkennen hier sind schon einige details die mich persönlich sehr ansprechen wir haben einen schönen titan backspacer eingearbeitet wir haben nested liner das kann man schon erkennen wir haben einen draht clip mein absoluter favorit was edc messer angeht wir haben einen gerundeten klingenrücken wir haben ein jimping das relativ weit vorne angebracht ist wir haben einen titan pivot collar wir haben einen umsetzbaren clip für rechts wie für linkshänder jeweils tip up carry hinten ein lanyard loch ich weiß nicht ob man das ganze hier hinten noch als schlag element bezeichnen möchte bezeichnen sollte es ist auf jeden fall vorhanden es ist titan natürlich ist ja ein teil mit dem backspacer zusammen also alles ganz interessant schön zu sehen wie schlank die linie ist auch im geschlossenen zustand wir haben keine überstehende kante wir haben einen sehr kleinen flipper all das sorgt dafür dass das profil des messers sehr schlank bleibt und wir haben eine action die wirklich absolut herausragend ist im geöffneten zustand setzt sich natürlich die schlanke klinge die schlanke linie fort wir haben quasi ein straight back hier fällt die klingenspitze nicht weiter ab und fall ja doch millimetern also das ist ich weiß nicht ob das schon ausreicht um das ganze als drop point klinge zu bezeichnen nennen wir sie einfach mal drop point klinge auch wenn es nur minimalst ist beinahe voll hochgezogenen flachschliff mit definitiv unter definitiv unter 0,4 mm hinter der phase ich würde sagen ganz knapp 0,38 0,39 sowas um den dreh also ausreichend fein ausgeschliffen aber nicht so fein dass man auch bei etwas härteren aufgaben angst um seine schneide haben müsste wir haben in dem fall ich hoffe man kann es ganz gut erkennen ein stonewashed finish das passt auch wunderschön zu dem natural canvas mikata und dem ein oder anderen wird es direkt aufgefallen sein eine komplett cleane show site wie genial ist das denn noch nicht mal das giant mouse logo noch nicht mal die der stilisierte mäusekopf ist vorne auf dem auf der show site zu finden ja absolut großartig was die handlage angeht durch den schön konturierten griff ja das schmilzt quasi in die hand absolut großartig ich würde nahezu behaupten ich würde behaupten die sind nahezu keine hotspots klar ein clip der übersteht kann bei härterer beanspruchung immer dafür sorgen dass es sich unangenehm anfühlt nach wirklich längerer harter arbeit aber diese draht clips haben sich da als sehr verzeihend herausgestellt der steht auch nicht besonders hoch vorne das ist alles sehr sehr gut gelöst ordentliche stärke spannung ist meiner meinung nach absolut perfekt das ist eine 10 von 10 beim clip und auch sonst was die handlage angeht spitzenklasse ja das etwas weiter vorne angebrachte jimping auf diesem wunderschön gerundeten klingen rücken da kommt natürlich gerade leuten mit größeren händen hervorragend zugute das jimping ist an der stelle angebracht wo man auch dann bei etwas härterer beanspruchung ganz genau oberhalb des schnittguts liegen würde wir können vorgreifen wir haben den scheu der groß genug ist auch für dicke finger dass man vorgreifen kann um kontrollierter feinere arbeiten machen zu können all das ist hervorragend durchdacht und noch besser ausgeführt habe ich schon erwähnt dass die fertigung bei in china bei riad knifes geschieht ja david den riad knifes reate nach wie vor für mich das non plus ultra in der asiatischen fertigung vielleicht sogar weltweit in der fertigung was da preis leistungsmäßig rausgehauen wird das lässt wirklich viele andere blass aussehen david nach wie vor der go to guy wenn es um qualität geht die messer wurden dort gefertigt nicht ohne grund das ist einfach ja die verlässliche adresse wenn es um hochqualitative fertigen geht wenn man sich dann anschaut was das messer am ende kosten soll finde ich ist der preis absolut fair absolut gerechtfertigt paar kleinere details noch hier haben wir das logo und wir haben elmex als stahl gemarkt ja jetzt natural canvas micata kleine optik draht clip elmex stahl das tickt bei mir natürlich schon wieder alle boxen dass ja das teil funktioniert für mich einfach von vorne bis hinten absolut perfekt großartiges großartiges messer jetzt haben wir jetzt eben gesehen zwei verschiedene varianten die zweite ist es dann für mich noch ein hauch mehr und das liegt nicht zuletzt am grünen mikata und an dem wunderschönen kontrast ihr seht es hier schon ganz leicht überstehend golden glänzend den backspacer und hier natürlich auch pivot collar vorne in brass in messing ich war mir zuerst nicht sicher von der optik von der oberfläche hätte es tatsächlich anodisiertes titan sein können aber an die investigativ hat dann herausgefunden bei einer gewichtskontrolle dass die grüne version fünf gramm schwerer ist als die als die natural canvas variante und das kann natürlich nur am material liegen das heißt hier haben wir tatsächlich einen messing backspacer und messing pivot collar also kragen um die achsschraube dementsprechend tatsächlich dieses messer in der grünen version fünf gramm schwerer wir schauen uns gleich das absolute gewicht noch an glaubt mir diese fünf gramm sind beim zu erwartenden gesamtgewicht vollkommen egal die action ich weiß nicht warum ist beim grünen sogar noch mal besser ich hätte das nicht erwartet denn das natural canvas das flippt schon wie die sau aber das grüne hier das einfach die reinste freude das zu öffnen und zu schließen übrigens acht das habe ich eben gar nicht gezeigt wie sauber und wie schön früh der liner lock verriegelt die eingefassten in die platinen beziehungsweise in die griffschalen eingefassten liner absolute perfektion klingengang detent wie nicht anders zu erwarten absolute spitze und leute das ist einfach ich habe ja mittlerweile fast nur noch slip joints und in der rotation in der täglichen sowieso aber das hier das lässt mich echt darüber nachdenken dass ich so ein teil eigentlich noch mal in die tasche packen müsste einfach nur ja weil der spielfaktor so unfassbar hoch ist ja im vergleich zur natural canvas variante haben wir hier eine satinierte klinge auch das übrigens 90 grad versetzt also die flats der klingenspiegel ist längst satiniert und die der anschliff selber ist quer gefällt mir auch sehr gut hier das gleiche spiel markierung nur auf der rückseite show seite show seite komplett clean das mikata das grüne nicht dass mich das jetzt in irgendeiner form an anderes messer erinnern würde sich sehr zu schätzen weiß dass ja was soll ich sagen das einfach großartig dieses messer hier ist einfach ja nahezu ne 10 von 10 ich weiß nicht was man noch verbessern könnte was man verbessern müsste kurz mal gucken ob der fokus hier aber hier ist einfach hier funktioniert alles so perfekt so einwandfrei dass es das ist schon fast beängstigend gut wie gesagt preis ist nicht ohne aber ich halte ihn für absolut absolut gerechtfertigt kerami kugellager habe ich glaube ich noch nicht erwähnt die klingel läuft auf kugellagern einige puristen sind ja immer der meinung gleitscheiben tun es auch allerdings beim flipper ganz ehrlich warum nicht flipper mit gleitscheibe funktioniert natürlich auch wenn der detail gut eingestellt ist aber hier macht das alles in allem einfachen total total hervorragenden sinn ja schauen wir uns mal an wie die messer im vergleich zu anderen messern von der größe so daherkommen bevor was dann endgültig ausmessen ich lasse mal das grüne auf dem tisch vielleicht lege ich auch einfach mal so eine giant maus shank sharpness union european chapter münze dazu noch so eine sache weshalb ich so eine freude habe an den giant maus geschichten das sind halt die kleinigkeiten nebenher du kommst dann diese ultra coolen münzen die werden jährlich ausgegeben bzw gehen jährlich in den verkauf anderes design da entwickelt sich dann auch so eine kleine sammelleidenschaft draus und irgendwann stehst du da hast dann drei vier oder fünf von den verschiedenen münzen einfach so großartig nebenbei wenn ihr wollt link gerne noch mit unten in der video beschreibung und an der stelle sei auch noch mal gesagt ich kriege da nichts für ne also dass das mache ich weil ich spaß dran habe und die münzen habe ich auch alle gekauft also ja das kleiner disclaimer zwischendurch so mikata schlanke bauform kommt dann doch direkt das civili imperium in den sinn und siehe da da haben wir doch sehr vergleichbare messer natürlich verzerrt das ganze jetzt ein bisschen wieder durch den kamera winkel das giant maus ist wenige millimeter länger nicht kürzer auch wenn das jetzt hier gerade anders aussieht die effektive schneide ist nahezu identisch der swoop der klinge also der der belly der bauch die radien die sind nahezu identisch sind nahezu identisch fein ausgeschliffen ich würde sogar behaupten bei dem civili ist es ein hauch feiner aber alles in allem sind das zwei messer die sich sehr sehr nahe kommen hier könnt ihr also sehr vergleichbare schneideigenschaften erwarten aber durch den grandios eingestellten flipper ist das giant maus natürlich was den was den spielfaktor angeht meilenweit voraus und den lmax so sehr ich die optik des damasts mark beim civili den lmax würde ich quasi jedem anderen stahl vorziehen oder den meisten stählen vorziehen der gehört in meine all time favorite top 3 deswegen ja wenn ich mich zwischen den beiden entscheiden müsste keine frage es wäre das sonoma ist natürlich preislich noch mal ein anderer schnack kostet ungefähr das doppelte vom imperium ja ich habe es eben schon kurz hingehalten natürlich müssen wir über das viper haak sprechen mikata m3 90 im vergleich oben zu mikata und lmax beides fantastische messer vollkommen unterschiedliche ansätze und doch irgendwie hat man das gefühl könnten es geschwister sein das haak im moment meine absolute und unbestrittene nummer eins da würde ich auch nicht gegen das sonoma tauschen wollen einfach weil das hat für mich ein ganz besonderes messer ist vergleichen wir es mal mit etwas das viele von euch vielleicht schon in der hand hatten oder vielleicht sogar besitzen mit dem uk pk auch hier verzerrt das jetzt ein bisschen das sonoma ist schon eine ganz andere hausnummer auch was die was die schneiden länger angeht aber nur damit ihr mal einen vergleich seht und auch hier mit dem vorwärtscheul seht ihr wie viel griff länge man im endeffekt kurz den fokus aktivieren wie viel griff länge man tatsächlich dazu gewinnt wenn man so einen vorwärtscheul nutzt beim uk pk das ja relativ kompakt ist macht das noch mal mehr sinn denn so christian vier finger griff hin auch wenn es sonst wahrscheinlich einfach nur drei finger messer wäre ohne diesen toll wie bei mir so wird das messer zu einem vollwertigen vier finger griff beziehungsweise zu einem messer mit einem vollwertigen vier finger griff dass es sonst einfach nicht wäre ja und wenn wir von mikata sprechen dann darf natürlich auch mein tortuga nicht fehlen im vergleich noch mal da wirkt dann da wirkt dann das sonoma tatsächlich noch schlanker als das tortuga das ja schon ein relativ schlanker folder ist ihr seht was die griff gestaltung die griff länge angeht nehmen die zwei sich nicht viel also das ist sehr sehr vergleichbar was die griff fläche angeht das sonoma hinten weil ich beim tortuga diesen etwas an etwas etwas stärkeren swoop nach unten habe hat das sonoma hinten natürlich ein ganz klein bisschen den vorteil das lockt die hand nicht so das schließt die hand nicht so umschließt die hand nicht so nennen was so wie das tortuga das tut dennoch hast du hier schön vier finger grip und die möglichkeit vorzugreifen und genau das gleiche hast du beim sonoma halt auch hatte ich eigentlich schon erwähnt wo der name her kommt das sonoma county in kalifornien ist eine sehr berühmte wunderschöne wein gegend und das ist wohl ein county das direkt nördlich anders an das county anschließt wo sich das giant mouse headquarter befindet den namen der stadt habe ich leider nicht mehr auf dem schirm aber es ist halt direkt das nachbar county eine wunderschöne gegend schön zum zum hiken zum wandern und deswegen kann man da auf den namen sonoma für dieses messer letzter vergleich vielleicht noch auch weil hier viele von euch das messer vielleicht besitzen oder besaßen noch das real steel luna hier in meiner franken luna variante das heißt der titan griff mit der damast klinge von der ersten exclusive variante von der knife lounge das war noch der etwas hellere damast ja da seht ihr schon dass sonoma ist schon ein ziemlicher brocken wie viel das genau ist schauen wir uns jetzt auch an dazu natürlich wieder das hightech feature also klingenlänge 87 mm 8,7 zentimeter wir haben eine gesamtlänge von nicht ganz ganz genau machen es hat noch 19,9 zentimeter ich würde behaupten dass es entweder ganz knapp unter 20 zentimetern oder nein quatsch gar nicht wahr die 20 ist davor 20,5 20,5 zentimeter gesamtlänge bei 87 mm 8,7 zentimeter klingenlänge jetzt wie zu beginn ja angesprochen mal das gewicht der beiden schätzchen und ja bevor ich dann irgendwann auf die idee kam dass ich ja auch mal bei jan auch selber auf die seite gucken könnte was sie denn zu den materialien sagen habe ich dann einfach rein investigativ gemacht habe die beiden messer gewogen stichwort backspacer wir kamen hier auf 79,8 gramm das heißt ein messer in der größe unter 80 gramm wahnsinn 79,8 zu 84,9 nach meiner waage 5,1 gramm unterschied für die beiden da war klar das ist also kein anodisiertes titan hinten im backspacer das muss tatsächlich massives messing sein und das hat sich dann auch als richtig heraus hat sich dann auch herausgestellt dass das korrekt ist also wir haben den messing backspacer gegen den titan backspacer jetzt kann man sagen alles klar nämlich natural canvas mikata bekomme ich teurere materialien für mein geld optisch passt es einfach so perfekt zusammen zu dem grünen mikata mit dem mit dem messing klar anodisiertes titan hätte es vielleicht auch getan aber die anodisierung die trägt sich auch irgendwann ab das sieht da nicht mehr ganz so schön aus messing bekommt eine patina altert wird einfach mit der zeit noch schöner und wenn es einem da nicht mehr gefällt dann gehst du kurz vom radiergummi drüber funktioniert übrigens einwandfrei habe ich schon mehrfach gemacht und das zeug sieht einfach wieder toll aus ja giant mouse ace sonoma v20 die messer sind aktuell noch nicht im shop über die gründe brauche ich ja hier an der stelle nicht sprechen das heißt ich habe mit der maxi verabredet sie gibt mir ein zeichen wann dieses video online gehen soll geplant ist natürlich das habe ich eben schon erwähnt dass die maxi dann zu diesem zeitpunkt also genau jetzt mit uns zusammen im chat ist und fragen beantworten kann was ich eine tolle sache finde ist vielleicht auch dass das tollste an dieser premiären funktion überhaupt dass wir uns einfach gemeinsam während das video läuft schon über das zeug unterhalten können großartige sache ich habe mich sehr sehr gefreut dass ich diese beiden messer mal bespielen und vorstellen durfte die gehen jetzt zurück in die box die gehen heute noch zurück zur maxi wie gesagt ich war wie gesagt ist quatsch denn ich musste dieses video eben neu starten da es an der tür geklingelt hat das heißt ich bin jetzt schon im zweiten anlauf weiß ich also gar nicht ob ich es gesagt habe neues ist im zulauf maxi dafür auch mein mein ganz ganz herzlichen dank ich finde es toll dass du dieses spiel mitspielst das gibt mir die möglichkeit euch tolle sachen zu zeigen die maxi bekommt das zeug einfach mal vor die kamera von leuten bekommt eine meinung und dadurch natürlich auch ein ganz klein bisschen aufmerksamkeit auf neue produkte ist eine win-win situation für alle mir macht es riesengroßen spaß youtube ist gott sei dank wieder richtig richtig großer teil meines meiner freizeit geworden sei eine zeit lang fast so aus als würde ich den den sprung zurück nicht wirklich schaffen immer mal wieder angefangen und dann doch wieder quasi aufgegeben das scheint jetzt vorbei zu sein ich bin wieder richtig drin und es macht richtig richtig laune ich hoffe das bleibt so maxi du sorgst auf jeden fall mit dafür dass ich material habe dass ich so weitermachen kann wie aktuell und dafür bin ich sehr dankbar vielen vielen dank an der stelle ich hoffe die messer haben euch gefallen ich bin sehr gespannt was ihr dazu zu sagen hattet falls ihr da wart lasst nicht nur im chat einen kleinen kommentar da sondern vielleicht dann auch unter dem video das hilft der sache auf jeden fall weiter das problem bei den premieren videos ist immer die teilnahme im chat ist meist sehr aktiv doch hinterher in den kommentaren tut sich dann nicht so viel und der youtube algorithmus der reagiert hat hauptsächlich auf kommentare und interaktionen unter dem video nicht in der chat funktion deswegen meine bitte an der stelle noch mal wenn ihr die sache dass hier regelmäßig was passieren kann ein bisschen weiter unterstützen möchtet lasst doch noch einen kleinen kommentar da vielleicht auch einen daumen hoch wenn es euch gefallen hat das würde mich auf jeden fall sehr sehr freuen und es hilft der sache auf jeden fall weiter ja in diesem sinne fast 26 minuten zum start ins neue jahr wobei ich nicht sicher bin dass dies das erste video ist was im neuen jahr laufen wird von mir deswegen soll es das an der stelle mal gewesen sein ich danke euch allen dass ihr dabei gewesen seid wünsche euch allen einen tollen tag tollen abend wann immer ihr das video schaut wenn ihr in der premiere dabei war ganz ganz lieben dank dafür schön dass ihr da wart wir sehen hören und lesen uns schon bald wieder bis dahin bye bye